Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Wenn ihr Tiere tötet und zufällig einen Gabelstapel habt, könnt ihr die Tiere sogar, ja, aufgabeln und diese Tiere dann sozusagen abtransportieren. Oh, okay, da muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Da hinten habe ich doch ein paar Schweinchen entdeckt. Vielleicht töten wir mal ein Schweinchen und nehmen es mal auf den Laster. Komm, Schweinchen. Komm, Schweinchen, jetzt hab ich keine Schiss. Oh, guck mal, wie die abhauen. Oh, scheiße, die Schweinchen hauen ab. Hä, das gibt's ja gar nicht. Stopp, Schweinchen. Ach, komm, lassen wir die Schweinchen sein und töten einfach mal so eine Kuh. Los geht's. Boah. So. Oh, die Kuh hat das überlebt. Ich hoffe, jetzt schauen keine Tierschützer so. Komm, Kuh. Guck mal, die muft sich voll. Ja, ja, ja. So. Jetzt haben wir die Kuh gleich aufgespießt. Hoch. Oh. Ach, die Kuh will nicht sterben. Da muss ich mal was tun. So. Ihr habt's nicht gesehen. What the fuck? Die Kuh lebt immer noch. So. Das dürfte sie nicht überlebt haben. So. Nach oben. Oh, das will irgendwie gar nicht. Wie ich das will. Ich muss die Kuh nämlich richtig hier aufspießen. Okay, die Kuh will nicht. Dann fahren wir mal in den Matsch rein. Yo. Jo, das war so ein kleines, kleiner Einblick hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch Spaß dran habt, versorgt euch auf jeden Fall einen Gabelstapler. Geht zu dieser Farm. Ich kann dir euch mal zeigen, wo sich diese Farm befindet. Auf der Map. So. Da unten ist dieses Los Santos. Und da oben ist die Farm. Da oben ist mein Flughafen, den ich gekauft habe. Immobilie. McKenzie. Feldhangar. 150.000 Dollar, glaube ich, hat das gekostet. Jo. Hoffen, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Grimms. Kommt auf der Playstation rein. Ciao.